Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Puyzen Architekt. Und Freunde, am Freitag kam ein Update, habe ich gesehen. Irgendwie ist es komplett an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch nicht komplett informiert, was neu ist. Profi halt, na, ihr kennt das. Ich weiß, es ist neu. Hier nicht, Moment. Moment, es gibt hier Dinge. Jetzt ist nur die Frage, wo? Man kann hier komplette Räume irgendwie komplett bauen. Das auf jeden Fall. Und, ja, man sieht hier die Temperatur. Das heißt, hier drin wird es kalt in unserem Knast und das finden unsere Gefangene, glaube ich, nicht so gut. Ach, hier, Quick Builder. Genau, hier ist es ja. Man kann was klonen. Gut, das ist jetzt hier drin, alles klar. Aber man kann auch eine Basiszelle bauen. Moment, ich zeige es euch mal so. Eine Solitary-Zelle. Eine Luxuszelle. Ein Büro. Und so eine Vierfachzelle müsste das sein. Ja. Finde ich ganz nice. Diese zwei Änderungen weiß ich. Ansonsten weiß ich jetzt nichts. Wir werden es rausfinden. Aber, da dieses Update rausgekommen ist, ist es doch perfekt, jetzt nochmal neu anzufangen. Das heißt, wir verkaufen diesen, Entschuldigung, Scheißknast. Denn er funktioniert vorne und hinten nicht. Und tschüss. Wir fangen wieder auf einer großen Karte an. Wir nehmen wieder Mädels. Wir nehmen, welchen Direktor hatten wir? Das hier. Das probieren wir. Wir nehmen diesmal keine Banden. Ihr habt gesehen, es hat keinen Sinn mit Banden. Die sind... Aber ich will mit Banden spielen. Ich will spielen mit normalen Gefangenen erstmal und mit Banden. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube ja. Mach mal so. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt schon die Hände über den Kopf schlagen und sagen, Nein, nicht schon wieder. Doch. Ich versuche es nochmal. Ich gebe mich nicht geschlagen. Das kann nicht sein. Gut. Und dann, ich drücke wirklich. Ich drücke. Eins, zwei, drei. Jetzt bereue ich es schon wieder. War ja klar. So. Alles klar. Also erstmal, als allererstes hier, Einlieferung, Closed. Definitiv Closed. So. Als zweites Pause. Und als drittes werden wir hier mal... Nein, nicht Planung. Erstmal Räume. Wo ist es denn? Lieferung. Alles klar. Erstmal hier weg. Die Mitte ist ungefähr hier. Das heißt hier Lieferung. Die kann ruhig ein bisschen größer sein. Genau wie der Müll. Ja gut, der Müll muss nicht größer sein, ne? Aber machen Sie jetzt einfach mal. Wir können ja noch was anderes da hinsetzen. So. Und jetzt planen wir. Jetzt planen wir, Freunde. Und wir lassen uns Zeit. Ich denke, diesmal sollten wir uns echt Zeit lassen hiermit. So. Wird jetzt soweit reingehen hier. So. Wunderschön. Na? Dann kommt hier eine Tür hin. Ganz klar. Und hier auf jeden Fall auch. Hier müssen wir schauen. Ich denke, hier kommt wieder ein Besucherraum hin. Was ich ganz gut finde, ähm, dass die Gefangenen müssen dann so laufen. Oder ich mache den Berufsbesucherraum so, dass sie hier rein können. Die sollen hier auf jeden Fall nicht rein. Definitiv nicht. So. Der Plan erstmal. Gut. Das hätten wir. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier, ne? Ihr wisst das. Ähm. Einen Zaun. Einen wunderschönen Zaun. Nicht so groß. Nicht so klein. Machen wir erstmal hier. So hier. Ja. Bis hier ungefähr. Das passt schon irgendwie. Und dann hier. So. Und warte. Hier will ich ungefähr gleich sein. Sonst sieht es ja nach nichts aus, Freunde, ne? Muss ja auch ein bisschen nach was aussehen. So. Alles klar. Naja. Ich habe trotzdem nicht ganz die Mitte getroffen, ne? Macht ja nichts. Macht ja nichts. Die können wir jetzt schon mal anfangen lassen. Das ist ein bisschen hier den Zaun bauen zu lassen. Wir brauchen dann. Wir brauchen dann. Noch ein Zaun. Moment mal. Wir brauchen erstmal hier Straßentor. ganz wichtig. Zwei Stück mindestens. Nachher werden es mehr. Aber jetzt für den Anfang sind zwei, glaube ich, mal ganz okay. Ähm. Machen wir hier zu. Hier machen wir mal zwei rüber, drei, so. Wunderbar. Dann haben wir das hier auch. Die kommen hier ja hin, ne? Und dann können sie raus. Okay. Alles klar. Das haben wir auch. Das hier möchte ich bitte geschlossen haben. Das wird ein geschlossenes Ding hier alles. So. Ähm. Türen. Natürlich. Kommen hier Türen rein. So. Das haben wir auch. So. Wir haben jetzt den Grundstein gelegt. Wir haben 480.000 Kröten auf der Uhr. Was ja nicht so wenig ist, ne? So. Für den Anfang kann man das mal machen, Freunde. Hm. Jetzt. Wie machen wir weiter? Wir brauchen erstmal wunderschöne, ähm, wunderschöne Büros. Und diese Büros setzen wir wieder hier oben hin. Das will mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn die nicht im Knast sind und die Gefangenen keine Chance haben, hier rein zu kommen. Denn da ist ja immer sehr viel Schmuggelware drin, Zigaretten, Alkohol und Handys und weiß der Geier was noch alles. Kann man das drehen? Man kann es drehen. Ja, nice. Dann machen wir jetzt wirklich Einzelne. Das will mir ganz gut gefallen. Machen wir hier ein Büro hin. Und dann können wir das ja so machen, weil die brauchen ja keine Doppelwand. So. Drei. Jetzt kommt jetzt gleich das vierte Moment. Na. Vier. Fünf erstmal. Ja, das sieht doch mal schön aus. Wir haben es ja immer mit Durchgangstür gemacht. So sieht es aber auch mal. Kann man mal machen. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Hm. Okay, ansonsten. Also unser oder mein, meine Bauart, wie ich Gefängnisse baue, gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Nur dass hier oben Gefängniszellen sind, sie dann hier unten alles mögliche haben in der Mitte. Das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Was wir im letzten Knast auch nicht gemacht haben ist, mit den Scharfschützen haben wir gar nicht rumprobiert. Das ist ein Problem. Das sollten wir jetzt auch tun wieder. Aber ich möchte eigentlich geschlossene Räume haben. Also auch, ähm, der Gang soll auch ein Raum sein. Nicht wie im letzten. Irgendwie habe ich da was falsch gemacht. Ich habe mir zwar das Gefängnis angesehen, was mir geschickt wurde, aber mir gefällt es trotzdem nicht so. Weil wenn die hier durchlaufen, sieht man es trotzdem nicht. Und, ah. Man kann einfach nicht in die Zellen gucken, wenn man nur eine Patrouille durchlaufen lässt. Dann muss ich wirklich in jede Zelle jemanden reinschicken, immer in der Patrouille, dass er so läuft. Hier rein, hier rein, weiter hier, hier. Und so weiter. Das will mir nicht so gut gefallen. Wir werden am Anfang erstmal diese wunderschönen Shared Cells machen. Also, das sind ja vier Plätze pro Zelle. Das ist jetzt nicht so wenig. Wie viel ist denn das? Fünf mal sechs. Fünf mal sechs. Ja, okay. Wir müssen aber erstmal natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, machen wir hier unten wieder. Wunderschöner Generator hin. Und, ja, die Kondensatoren, das werden wir gleich ausbauen hier. Weil wir brauchen sowieso. Jetzt nur nicht wieder fehlen. Ich habe jetzt diesmal extra alles drin gelassen. Ich finde, es gehört irgendwie dazu. Auch die Planung. Und ich werde nicht so viel im Voraus aufnehmen. Das heißt, ihr könnt mitbestimmen, wie machen wir was. Oder was habe ich schon total verkackt. Und wo wollt ihr mich anschreien? Das kann natürlich ganz schnell gehen, aber dann ist es halt so. Hat ja auch seinen Vorteil. Alles klar. Dann legen wir erstmal hier die Stromkabel hier rein. Und Wasser tun wir auch schon mal so hier machen. Wunderschön. Wunderschön. Ich werde hier mal die Zeit kurz beschleunigen, dass die mal fertig werden mit dem, was ich denen jetzt aufgegeben habe. Die sind nämlich schon ein bisschen überfordert hier, unsere Jungs. Okay. Weil Büros brauchen wir. Wir müssen ja forschen. Forschen ist ja das A und O. Ne? Ganz klar. Und dann die Frage hier oben wieder. Wie war das jetzt? Das war 6. Dann 12, 3, 8. Nochmal 6 und 14. Also 14 breit. Können wir ja schon mal planen. Wollen wir mal die hier? Ne, ich will hier irgendwo anfangen. So breit müsste das in der Theorie sein. Und dann natürlich, ja gut. Das können wir dann ja je nach Lust und Laune ausprägen. Das ist ja okay. Ja, okay. Ich weiß noch, sollen wir wieder hier Zuschüsse annehmen? Bin ich mir noch nicht sicher. Können wir ja immer noch machen. Das ist ja nicht vorbei. Bei einer Verwahrungszelle, da bin ich ja kein Freund davon. Aber wenn wir jetzt eh Viererzellen bauen, das ist ja schon harter Tobak. Wir werden definitiv viel Personal brauchen. Die sollen jetzt hier erstmal fertig machen. Und dann schauen wir mal weiter. Würde ich mal sagen. Ja, aber jetzt frieren die ja auch noch, ne? Und dann gibt es jetzt Heizung. Kann man hier auch aufstellen. Muss man auch mal gucken. Braucht man das pro Zelle? Wie viel kostet das? 200? Braucht man das nur in den Räumen, wo Zellen sind? 1 oder 2? Oder muss man auch mal schauen, wie das jetzt läuft? Und hier oben kommt ja auch noch eine Dusche hin, weil da unten eine Dusche hat mir nicht gefallen. Müssen wir schauen, wie wir es machen. Hm. Haben einiges zu tun, Freunde. Aber wir kriegen das hin. Okay, jetzt haben wir hier schon dazu lang geplant. Aber das ist ja kein Problem. Kriegen wir alles hin. Unsere Büros. Da werden keine Mauern gebaut. Ja, alles klar. Ja gut, die können wir ja noch mit der Hand nachziehen. Warum ist hier jetzt keine Mauer? Ah doch, die wird noch gebaut. Okay. Die haben sie noch nicht gebaut, aber sie wird noch gebaut. Das ist ja schon mal schön. Das hat doch schon mal was. Das ist auch angeklemmt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt sind sie hier gleich durch. Wenn sie durch sind, werden wir unseren Direktor einstellen erstmal. Und dann mal ein bisschen forschen. Forschen ist wichtig, Freunde. Ohne Forschung geht nichts. Die müssen hier auch noch ganz schön ranklotzen, dass die hier durchkommen. Und es dauert ja alles ewig heute. Aber mich freut es echt, dass die hier wirklich so weiter an diesem Spiel arbeiten. Da merkt man, dass es denen wichtig ist. Das Spiel ist ja released. Die könnten sagen, leckt mich. Wir machen nichts mehr. Fertig. Das Spiel ist fertig und gut. Aber nee, die... Ähm, was ist denn das? Sofortiger Zellenausbruch? Schmottinhalt. Okay. Man kann hier... Okay, das sind neue Dinge dazugekommen. Instant Wyatt. Ja, da kam das hier an. Aha, aha. Okay, good luck. Nee, 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 nee. Das sind aber Mods. Das sind alles Mods. Von welcher Mod ist denn das? Ich habe doch gar nichts runtergeladen mehr. Nee, nee, das lassen wir mal. Das ist nichts für uns. Wir haben hier einen Direktor. Zack. Achso, der will hier unten rein. Alles klar. Dann geht er unten rein. Du kannst ja schon mal forschen. Wir brauchen die Tutsche sowieso. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und das alles ganz klar auch. Er hat viel zu tun jetzt erst mal. So. Gut. Das heißt für uns, die sind durch. Und wir haben erst mal was für die erste Folge erreicht. Ich werde jetzt noch eine weitere aufnehmen. Und dann aufhören und auf eure Kommentare warten. Oder auf eure Kritik. Und mal sehen, was ihr mir schreibt, was wir besser machen sollen. Können, wie auch immer. Ja, wie gesagt, eine nehme ich noch auf. Weil sonst wird mir jetzt alles zu knapp. Ah, dann schauen wir mal. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.